Was sind eigentlich Optionsscheine? Eine wichtige Information vorweg. In diesem Video geht es um Optionsscheine, nicht um Optionen. Beide Finanzprodukte klingen zwar ähnlich, sind aber grundverschieden. Optionsscheine gehören anders als Optionen rechtlich noch zu den Wertpapieren und werden deshalb auch an den üblichen Wertpapierbörsen gehandelt. Somit können Sie dort Optionsscheine vom Herausgeber, dem sogenannten Emittenten, kaufen. Genau so, wie Sie dort zum Beispiel auch eine Aktie kaufen können. Heute sind das meist sogenannte Naked Warrants, die eine Bank oder ein Wertpapierhändler herausgibt. Mit dieser Art eines Optionsscheins haben Sie das Recht innerhalb einer bestimmten Zeit einen Basiswert zu einem festen Preis zu erwerben, also eine Option auszuüben. Ein solcher Basiswert kann der Wert einer Aktie, eines Indizes wie den des DAX, einer Währung, eines Edelmetalls oder eines anderen Wertgegenstandes sein. Bei Naked Warrants muss der Emittent des Optionsscheins nicht zugleich auch der Emittent des Basiswertes sein. Und so können Sie mit Optionen Geld verdienen. Nehmen wir an, Sie haben einen Optionsschein mit einer Laufzeit von 6 Monaten erworben und der feste Preis für den Basiswert liegt bei Ihnen bei 10 Euro. Wenn dann der Basiswert an der Börse steigt, haben Sie den Vorteil, ihn dank Ihres Optionsscheins billiger kaufen zu können. Und das können Sie zwar, müssen Sie aber nicht. Wenn Sie ihn kaufen, zahlen Sie nur den festgesetzten Preis und können durch einen Verkauf des Basiswertes einen Gewinn machen. Das machen aber nur wenige Anleger. In der Regel lohnt es sich eher, den Optionsschein selbst mit Gewinn zu verkaufen. Aber Vorsicht! Optionsscheine besitzen außerdem oft auch einen Hebel, lauten also auf ein Vielfaches des Basiswertes. Damit würde sich der Gewinn entsprechend vervielfachen. Fällt aber der Börsenpreis des Basiswertes, dann haben Sie ein Problem. Denn auch der Verlust würde ihn dann ebenso vervielfacht. Wenn Sie den Optionsschein verkaufen wollen, hängt sein Wert aber nicht nur von der Differenz zum Basiswert ab, sondern vor allem noch von weiteren Faktoren. Unter anderem davon, wie lange der Schein überhaupt noch gültig ist und welche Wertsteigerungen dann noch zu erwarten sind. Aktuelle Informationen zum Handel mit Optionsscheinen und weitere Videos aus dem Börsenabc finden Sie auf gewestor.de